hohoho kinders seid dabei und steigt mit ein jetzt geht's wieder los mit ahsoka und unserem einundzwanzigsten türchen das türchen ist ganz weit oben heute machen wir mal auf und holen das raus das ist ja cool das gefällt mir wenn ich sagen holen wir die netten teilschen aber raus aus dem plastik und dann bauen wir das auf und da haben wir das auch schon aufgebaut mein gott heute haben wir was tolles das ist ja klasse eine mini hall of armors ja sehr schön gefällt mir sehr gut eine tolle idee kann vielleicht wenn man irgendwie ein marvel mock baut das auch irgendwie hinten im hintergrund irgendwie als kleines modell hinstellen finde ich klasse würde als easter egg auch nicht schlecht machen in irgendeinem mock also das lasse ich auf jeden fall zusammen dazu einfach mal drei von diesen statuen und als extra teil noch mal eine vierte mit socke also unglaublich das ist richtig cool heute ja das war es dann auch schon wieder mit unserem heutigen video also ich hatte große freude mir hat das türchen sehr gefallen schreibt mir doch mal bitte in die kommentare was ihr davon haltet auch wenn es sehr einfach gebaut ist aber es ist irgendwie schon eine coole sache man erkennt es auf jeden fall sofort wieder ich hoffe ihr hatte genauso viel spaß wie ich ich würde mich freuen wenn ihr ein like und vielleicht ein abo da lasst wenn ihr noch nicht abonniert und dann sehen wir uns zum nächsten video wieder lasst es euch gut gehen bleibt neugierig und tschüss